recht herzlich willkommen zur 95 folge von towns ja was war letztes mal gemacht unten weiter gesiebt hört sich gut an gesiebt entschuldigung habe ich jetzt gerade noch mal aufstoßen müssen eben noch was getrunken damit ich beim sprechen nicht solche schwierigkeiten haben mit trockenem mund ja und kerzen haben eingestellt das war das letzte genau und diesen langen gang kammer gemacht bin ich gespannt ob das ankommt also ankommt kommt das klar aber ob das noch irgendwelche hüllen gibt so wenn da vorne kerze steht und da natürlich auch noch was weg und die andere richtung natürlich auch kommentar kommt er ganz durch ja da geht ganz durch dann machen wir den auch ganz durch zack kein was einmal so das weiterlaufen der ist ja noch unterwegs der kommt er gerade ins bild so kerzen sind aufgekommen da wird sehr hell michael friedrichs hat jetzt schon wieder panik weil ich hier daneben her an bohrer sagt passt bis dahin gut jetzt ist die karawane glaubt angekommen er bringt uns lebensmittel und möchte auch lebensmittel haben kommen wir verkaufen was das war hier das haben und er bestimmt irgendwie fertiges fleisch oder so was hatte das bananen bei ich glaube das war sehr nahe nach haften beckbananas hat das bananenbrot das war auch super laufe da ist schon einer zu viel dann haben wir schon so ne herkommen machen wir so und die pause raus so erst dann da oben man schon zu essen hingelegt auch cool also wagen ist das food caravan okay rot drei stück vier stück und fünf stücke passt packen die schon nach sieben euro haben sie wohl schon oder ist noch nicht alles zum händler gebracht worden hat nee der ist ja schon weg das ist schon geklappt war schuhe stehen da auch noch hier ist alles gut schafer mal auch das erste schafer schon draußen naja ist halt so ist der zorn für die schafe nicht dicht oder was oder sind das irgendwie andere schafe die da jetzt hier aus versehen sind das kann natürlich auch seine kann ich die eigentlich jetzt rechts klicken und nennig kill world scharf doch das geht das sind bilder schaf alles klar ein held gekommen ich bin es 31 nicht gut ja rote werden schon nach produziert wie man sieht zwölf wieder da hätte ich wahrscheinlich auch alle machen können da ist ein held dann müsste das ja hier dazu führen dass wir happiness steigern wenn da einer drin ist komisch oh helden anschwurm es nützt uns die helden wenn die ganz normalen soldaten nicht da sind beziehungsweise da können wir könnten nicht auch nicht ja auch zu soldaten machen wenn die weniger sind dann geht das mit der happiness besser das aber so wie schummeln das wollen wir nicht machen oder okay hier ist schon was gemacht da nicht da auch noch nicht jetzt hier einem langen gang wahrscheinlich erst dran genau so ist es ja müssen wir noch mal zählen und dann machen wir noch oder 1 2 3 1 2 3 das bedeutet da lang bis dahinten und schiff das nicht vergessen und damit wir die richtung da auch noch machen können und bis dahin und gut ist so jetzt gucken sehen wir mal dass das da irgendwas falsch ist ne der gang da der war überhaupt nicht richtig wahrscheinlich war voll der blödsinn der gang war vorher da der würde gar nicht richtig zur richtung hier shit 1 1 2 3 hier ist die richtige reihe ja gut geklappt na na ja dann noch mal zwei rein stellen die kerzen nachher um und alles ist gut gut so das ist 1 2 3 4 5 6 ja super mit den kerzen am rand wird es dann auch nicht passen dann wäre es besser diese kerzen zu nutzen aber jetzt haben wir das alles falsch gemacht ist auch gut in der nächsten etage da haben wir dann übungen da klappt das dann so wir müssten noch von hier nach da ziehen dann oder das passt doch hier fehlt es noch ok noch nach da ne doch mal gemacht ach der gang liegt genau auf dem alles klar deswegen ging das nicht ok gut irgendwie passiert hier nichts aha es ist irgendwo ein angraf wieder zugange oder ein paar mehr diesmal aber das wird auch nicht so die schwierigkeit sein laufen lassen gucken dass wir das auch umkriegen ok ja ja Sieht alles top aus hier, aber irgendwie hätte ich noch ein paar Einwohner mehr. 32, da fehlen noch 12 bis 44. Happiness ist nicht gut. Helden haben wir 4 und irgendwo ist gerade sogar noch einer gestorben. Und noch einer. Wo ist das? Hier, okay, ach, das ist der Angriff, der unten kam. Ja, 3 gestorben, super cool. Da geht noch einer drauf, ja? Nein, doch nicht. Ach, hier wird auch noch gekämpft, also noch nicht zu Ende. Ja, warum laufen, ne? Nur noch 19 von 22. Dafür brauchen wir jetzt nur noch 38 zu Happiness-Steuerung, ne? Sind denn jetzt, äh, die, sag schon, äh, Leute noch da, die hier das machen sollten, ne, die Essen machen sollten, sind jetzt mitgestorben. Der Bergmann ist noch da, schade. Dann müssten wir einfach 2, die nicht so gut bewaffnet sind, deswegen sind die ja gestorben, weil die nicht so gut bewaffnet waren, ne? Beziehungsweise nicht so gut Schutz hatten. 1045 ist niedrig. 1045 ist niedrig. Gucken wir mal weiter. 967 ist auch niedrig. 9305. 916.045. Das bedeutet, wir machen hier eine Jobgroup-Essen. Und da machen wir das gleiche mit dem 1045 auch in der Jobgroup-Essen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die da schon drin hatte. Den Bergmann weiß ich, aber ob ich die hatte, schwierige Sache. Wir werden's sehen. Ne, wir bräuchten ja nur alte Videos gucken, dann wissen wir das. 1538. Ja, ist jetzt nicht Fußball 8 Minuten lang schon dran, ne? Sondern, ne? 15 Happiness, die wir haben, und 38, die wir haben müssen, um zu steigen. Und so. Ja, das Kampf Attack Hour hat er. Naja. Das wird weniger anstatt mehr, das ist auch schade, ne? Was macht denn unser Essen überhaupt? Das ist 12, das ist 7, das ist 9. Guck mal, seitdem wir die Büsche gepflanzt haben, ist das hier immer in irgendeiner Höhe da. Haben wir denn einen Kuchen und drei Apfelkuchen? Oh, okay. Das funktioniert auch. Das wird noch alles schwierig. So. Können wir hier eigentlich noch was abbauen, oder? Geht das auch nicht, ne? Ne, das geht wohl nicht. Den hier, den können wir noch abbauen, ne? Vielleicht könnte man den auch abbauen, das Wasser wird sich da ausbreiten, aber... Na ja, trinkt der Tawny, das wär auch nicht so der Hit. Da wird weitergemacht. Klappt alles, ne? Hier wieder Birnen-Enter. Ich könnte das ja auch machen, aber... Ist nicht so nötig, oder? Ich würde jetzt ganz einfach sagen, wir machen mal hier noch zwei Reihen hin. Ja, machen wir so. So, der erste? Ne, doch nicht. Ich dachte, der macht schon was. Ja, hier wollten wir auch noch weiter ausbauen, ne? Da sind schon zwei Sterne. Damit wir da noch was bauen. Hm. Das würde bedeuten, wir bauen da noch eine Wand hin. Wir können ja schon mal anfangen, ne? Ja, dann machen wir das so. Und da kommt die Tür hin und passt. Nachher müssen wir die Kerze um... Ne, die Kerze nicht umstellen, aber den... Sag schon. Ist das richtig? Ne, ich glaube, da ist richtig. Die müssen wir umstellen. Deko im Haus sieht jetzt für draußen ein bisschen doof aus, ne? Warte, wir machen das Ganze einfach so, dass wir hier Unlock machen. Da auch. Und dann gehen wir schon nach außen, Deko. Ist das hier mit drinnen? Ne, ne, oder? Ne. Das ist hier mit drinnen. Oh, jetzt ist es weg. Und das ist der, ne, oder? Ja. Dann machen wir das mal hier so hin. Warte mal. Da, bis da. Sieht dann schick aus, oder? So, da kommen schon vier und bringt die da rüber. Und dann werden bestimmt noch ein paar neue gemacht. Fünf Stück brauchen wir noch. Ah, das war jetzt ein Held, ne? Happiness 18 von 38, super. Guck mal, die Wände werden schon gebaut, ne? Hier müssen wir wegmachen. Destroy Sand. Nee, wir wollen das nicht anmachen. Wir wollen eine Tür haben. Das können wir so hinkriegen. Türen waren mal Tische. Und diese war's. Gut, läuft. So, aber ich würde sagen, für die Folge soll es dann auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.